So, Schnauze voll jetzt hier. Jetzt machen wir erstmal Kohle abheben. Und dann machen wir eine Mission hier. Willkommen zurück. Ja, ja. Wo hast du denn? Na, da hinten. Und bei einem Back. So, wir können jetzt im Geheimdienst ihrer Majestät... Äh... Message von Persephone. Bringt die Entwicklungskosten. Nee, wir nehmen mal das Teure. Das ist auch das Einzige, was noch fehlt, dann da hinten. Das ist doch schön. Dann gucken wir mal, ob die globalen Konflikte weitergemacht werden können. Ja, da ist irgendwas. Aha. Nicht genug Informationen. Schade. Dann kann ich ja hier überhaupt nicht weitermachen. Es gibt neue Verträge. Ach du Scheiße. Als ich Ministerin der Maßlosigkeit war, konnte ich meine Verstecke überall dort bauen, wo es mir gefiel. Mein persönlicher Favorit war Monaco, obwohl ich nur ungern ging, im Untergrund lebte. Nächstes Mal, wenn Quarter mal sich beschwert, dass ein Auto Blutflecken abbekommen hat, bitten Sie ihn, das mit mir zu besprechen. Ich habe nie verstanden, warum der dürre kleine Doktor Babylon, der von großen bulligen Männern so fasziniert ist. Wenn man das Gewebe des Universums in Stücke reißen kann, dann spielt Größe doch wirklich keine Rolle. Kiti ist ein Soldat. Er besitzt die Disziplin eines Soldaten, Respekt für die Befehlskette sowie ein Talent dafür, Körper in Millionen kleine Teile zu zerschmettern. Die semi-annualen Mayhem-Blood-Drive ist morgen von 800 bis 1600 UTC. Danke. Danke. Der Weg des Kriegers. Also, ich hatte erwartet, dass Uni eine traditionellere Waffe wählt, aber er besteht auf seine schallgedämpfte Pistole. Vielleicht gibt es da einen sentimentalen Zusammenhang, der mir entgeht. Rahmas beharrliche Konzentration auf ihr eigenen Ziele ist die ärgerlichste Eigenschaft, aber sie bringt erwünschenswerten Ergebnisse, also beschwere ich mich nicht. Ich war skeptisch, was Hartecks Erscheinung betrifft. Walfangtechniken in seinem Kampfstil zu übernehmen, aber der Einsatz der Harpune hat sich als überraschend effektiv erwiesen. Sol hat für Matrosen, die nach Abenteuern suchen, viele in Teel kriegen und Gefahren zu bieten. Aha. Das ist ja wirklich sehr uninteressant. So, mit Franchise Force. Äh... Ein Seins. Ein Seins. Ein Seins. Teleportation splicers are no longer a danger, yes? Hey! Let's just be chill. Relax, Agents. Uni is with you. So. I hope you're comfortable. This is certainly a unique looking car, isn't it? I suppose I'll just stay here then. What's going on with these three? Why were the franchise fours not Harteck, Fortune and Hollywood? It's your lucky day. I've just sent you a location you three will be very interested in. Why is that? Well, Hollywood, the Legion there in question is where you will find the last remaining copy of your early film career. Oh, thank goodness. And Fortune. This same warehouse is where Legion has stashed that device you're looking for. Hm. That's convenient. And I haven't forgotten about you, Harteck. This facility just happens to be packed to the gills with future Legion Corpses for you. Sounds like one sweet Christmas present you got for me. Have fun! Sun on screen and source, have fun! First thing is, what I need to see those three filled fumes. No way I need to find that team that isn't luck. No way I need them as a team solution. But, he's breaking into... j accountant Das war's für mich. Come on in. Oh yeah? Franchise Force is time to shine. Okay, you won your little name contest, which nobody told me we were having, by the way. But do you have to say it all the time? You mean Franchise Force? Know what? I'm down with Franchise Force. You know, we could stream this to a live audience if you like. Build up that fan base. Get some good PR. Hell yeah. We'll have a competition. Whoever gets the most viewers on the stream wins. Ha, you're on. Look, I just want to get my shit and get out. All right, I'm up first, guys. Friday, make sure you get my good side, yeah? Friday can't hear us down here, remember? Legion tech blocks the signal. Then how is she streaming this? Just go with it. Time to stab an agent! Let's see how well you can do it then for us, Redwood. I'm all over you, Mayhem. Say hello to my big ass friend! Come in close, Mayhem. I need a better shot. Fire in the hole! Get the hell out of them! Charge is out! You gotta get serious. No. I'm coming for you! Get down! I can't dodge all my shots! Hey, drop sight of him! Got something, boy. I can't dodge all my shots! What? Over so soon? Where am I? I'm back to ask myju Mayhem. Reach your cloak! Where? Whererdан high! Legion never gives up! Ich bin ein bisschen. Ich bin ein Forward Position. Ich bin ein Aufmerksam. Hier kommt ein Washed-Up Has-Been. Ich kann nicht mit diesen Nummern. Die Publikum liebt Hollywood. Kommt, Hollywood. Du hast deine 15 Minuten oder was. Let's go. Ja, wir sehen uns was Legions haben hier. Holy shit. Du hast mich da gesehen? Das war großartig. Ha, just you wait. After we take care of business here, I got the next room. I cannot wait till this is over. Artex, home! No way you're gonna beat my score. Let's make you bleed! Come on! Let's stand! Oh, das kommt runter hier. Right in my sights! Right in my sights! Right in my sights! You want our tech? Here! Firing on mayhem! You ain't done with me! Take this with you! Over to bed! Careful pride! Move! Let's make it! Ah! Damn! This is fun! See? Franchise Force is the best! Even Fortune has to admit it! Right Fortune? Huh? Huh? Look, I never said we weren't the best. It's just... The name. Not a fan. Charge in! Cover me! Take them head on! I don't miss! Keep those eyes open! Argh! Aaaaah! 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 Ich weiß nicht, Hollywood. Ich denke, das Publikum ist für einen schweren Tank. Alles klar, alles klar. Ihr zwei, hör auf. Ihr habt eure Funde, aber es ist Zeit, um zurück zu der Mission. Alles klar, wir schauen uns die nächste Runde. Man, ist da etwas besser als Flatterin' Legion gegen die Wallen? Ja, es ist. Wir könnten es zurückkehren, aber ihr seid für immer. Ihr seid ein echtes Buzzkill hier, Fortun. Ich würde nicht so gut gehen, aber wir können auch ein bisschen Spaß haben, richtig? Fine. You want fun? Okay, I call Dibs in the next room. Alright! Time for me to show you fools how it's done. Ha! That's the enthusiasm I've been looking for. Oh, take him to town, Fortun. Uh oh! All turrets have been activated. Uh oh! Rough skies ahead, girl! Go! Huh! Let's make you leave! Woo! What?! Get close, her! Up! Get closer! Huh! You're dead, mate! You're dead, mate?! You're dead, mate! You're dead, mate! You're dead, mate! You're dead, mate. Movin' in closer. Da oben ist irgendwo noch ein. Da oben ist noch einer. Was soll ich jetzt hier machen? Ich werde dich alle töten! Da ist irgendwo dahinter? Hä? Oh nein! Das ist wieder so ein Bug. Dass der an der Wand hängt. Ja. Oh, noch ein Glück. Ja. Ja, ja! Nein, 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 nein! Ja, ja! Ready to bleed! Pull Sam ahead! Oh Gotta disagree with both of you. Looks like fortune's the fan favorite And that is how we get it done by we do you mean franchise force hmm sure Sure, now let's get what we came for and get out of here Last room, let's have a look around What the fuck did he know this is awesome Come on give me a shot at him I got something for you Hit the dirt Baaah! 1-2 4-2 4-3 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 Hey, I don't think this would be of interest to our viewers. I disagree. You got the goods? I've got the goods right here. You got the cash? Here it is. You want to take a shot at this money? Hands off, Hollywood. We were just getting to the good part. I knew you were a cop. Prepare to be interrogated. This is Detective Hardbottom. I've been compromised. Requesting backup. Okay, nothing left to see. What's wrong with Hollywood? Detective, your backup has arrived. Don't worry, I'll get your six. Just got a call from Carolyn HR. She wants to see you all in her office. Now. Großartig. Til Schweiger hat ja angeblich auch mal ganz, 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 ganz am Anfang mal ein Porno synchronisiert. Nicht mitgespielt? Synchronisiert. Til Schweiger. Ja. Aber das Ding ist irgendwie nicht so richtig aufzufinden. Genau. Du hattest mal gerne poopilerasi. Das Ding ist mit dir. Kann ich an Cash-Kindern machen. Dann lass mich ja an Enough senden. Dann hör mal rein. kritisch Tower- platformer POLBBRT Dreck kann Oni seine Aura um 100% verlängern. Als sie weiter zittern, dann haben sie keine Chance. Indem er sein unnachgiebiges Wesen trainiert, erzeugt Oni für seine Spezialfähigkeit eine Chance von 60% bei Feinden Blinden zu bewirken. Selbstsicherheit verunsichert die Schwachen. Noch mehr Oni. Indem er sich den Vorrat seines Meisters in Erinnerung ruft, lässt Oni seine Blicke gefühllos werden und aktiviert in Einschüchterung. Mit deinem Blick um 50% schneller. Das Fenster zur Seele. Ha! Über die Fenster. Mei, was für ein Schmarrn. So. Nothin. So, remember that, you little shits. Purple's a nice color. But you know what color is better? Yellow. Warum? What has kept you away for so long? Waren das nicht die Aurolers? Erstmal Kohle einsammeln. Come on. Must be an open meeting room somewhere. So, Global Conflict. Äh. Hier. Ja. Mehr geht ja sowieso gerade nicht. Und dann würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Video einen weiteren Einsatz. Also bis gleich. Tschüss. Tschüss.